Ich grüße also alle ganz herzlich zur mittlerweile vierten Vorlesung Rechtsgeschichte 1 und wir sind immer noch bei der Frage, wozu Rechtsgeschichte? Allerdings nähern wir uns jetzt langsam der finalen Runde, in der es dann tatsächlich darum geht, erste konkretere Antworten zu geben. Wir haben ja schon ein paar Antworten gegeben, die eher so Allgemeinplätze sind, wenn man darüber reflektiert. Ich gehe davon aus, dass bisher doch nicht in dem Maße darüber reflektiert wurde, was ja vielleicht dann ganz hilfreich ist. Wir haben uns die Unausweichlichkeit von Geschichte angeschaut, insbesondere mit Blick auf die Trinität der Geschichte. Vergangenheit ist eben nicht nur die Geschichte, sondern Geschichte bezieht sich auf die Gegenwart und die Zukunft. Das war unser erster Teil, nachdem wir das Problem erörtert hatten und dann haben wir die existenzielle Dimension von Geschichte, von dieser Unausweichlichkeit der Geschichte heraus uns angeschaut. Und hier festgestellt, dass es eben durchaus einen wesentlichen Bezugspunkt von Selbstbewusstsein, also der Selbstvergewisserung über die eigene Person, über die eigene Gesellschaft, über die eigene Gemeinschaft, also den Gedanken der Identität gibt, der besonders deutlich im Kontext der Demenz wird. Also in dem Moment, wo uns unser Gedächtnis komplett verletzt, verlieren wir auch unsere Identität. Und wenn man das, wie wir gesehen haben, was durchaus plausibel und möglich ist und auch gemacht wird über die Gedanken der Traumata, dass also Traumata immer in der Vergangenheit liegen, wenn man das also auf die Gesellschaft überträgt, wie es gesellschaftspolitische und sozialwissenschaftliche Ansätze durchaus tun, die Psychoanalyse mit einer Gesellschaftsanalyse zu verknüpfen, dann ist natürlich die Demenz in einer Gesellschaft geradezu der Verlust ihrer Identität der Beginn des Untergangs. Also wenn man es jetzt dramatisch formulieren möchte, das will ich ja gar nicht tun, aber ich will auf jeden Fall darauf hinweisen, dass sowohl ein Individuum als auch eine Gesellschaft, die sich nicht über ihre Geschichte im Klaren ist oder aus welchen Gründen auch immer ihre Geschichte verliert, eben auch ihre Identität und ihren tieferen Bedeutungsgehalt des Daseins verliert. Da wird sich heute, denke ich, ein Kreis schließen, denn Untertitel der heutigen Vorlesung ist also Historia Magistra Vitae. Die Geschichte, so hat es uns Sitzro hinterlassen, ist die Lehrmeisterin unseres Lebens. Und das heißt, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und kommen zur rationalen Geschichtsschreibung. Alles andere war ja jetzt erst noch sehr weit ausgeholt, sehr in die Tiefe gegangen. Kommen wir heute zur rationalen Geschichtsschreibung und dem Ursprung dieser rationalen Geschichtsschreibung. Und hier haben wir das letzte Mal schon gesehen, dass die dramatischste Erfahrung eines Traumas die eigene Endlichkeit, den Ursprung einer bewussten Reflexion über das Vergangene beinhaltet. Und hier der Ursprung aller großen Geschichtserzählungen beginnt, sowohl im Hinblick auf religiöse Geschichtserzählungen, transzendentale Welterklärungen, große Narrative, die uns erklären, wo wir herkommen und wo wir hingehen. Das sind also diese großen Geschichtserzählungen, die sich die Menschen über die Jahrhunderte Stück für Stück zusammengebastelt haben. Und zwar explizit aus einer ursprünglich individuellen Entwicklungsfrage, wie soll ich mein Leben gestalten? Und da haben wir gesehen, dass eben diese extremste Form die Suche nach Unsterblichkeit in uns allen irgendwo angelegt ist und zu einem Heroen-Kultus führen kann. Wir haben das uns angeschaut bei der Geschichte von Gilgamesch und Enkidu und dann eben auch Achilles und alle anderen Heldengeschichten. Und wir hatten dann ganz kurz nur den Ausblick gewagt, wie sieht es denn eigentlich mit den Helden in der Gegenwart aus. Das werden wir heute noch einmal abschließend vertiefen. Also Historia Magistra Vitae und wir beginnen mit einer Geschichte, die uns von Herodot berichtet wird. Herodot, der ja als Vater der Geschichtsschreibung gilt, teilt uns in seinen Historien eine Geschichte mit, relativ am Anfang gleich im ersten Buch. Es geht um die Vorgeschichte zu den Perserkriegen und es geht hier um den König Crösos, der in Lydien regiert. Das ist direkt an der Grenze zu Persien in der damaligen Zeit. Und Crösos ist der König, der ja sprichwörtlich geworden ist für seinen Reichtum. Und für diesen Reichtum, den er dadurch erworben hat, dass er ganz Lydien erobert hat und erworben hat, von einem relativ kleinen ursprünglichen Gebiet heraus, also sehr zu Reichtum gekommen ist und die verschiedenen Völker, die sich dort in der Gegend der heutigen Westtürkei befanden, im 6. vorchristlichen Jahrhundert, hat es also zu großem Reichtum gebracht. Und nachdem er also sein Reich in dieser Weise konsolidiert hat, und hier beginnt die Geschichtserzählung bei Herodot, beschreibt er, dass nun alle Gelehrten aus aller Welt und auch aus Griechenland, die damals lebten, also ich zitiere und lese jetzt Herodot im ersten Buch, lebten aus den verschiedensten Gründen nach dem reichen und mächtigen Sardis, also der Hauptstadt Lydiens, und weil dieser bald jener diese Stadt besuchte. Und so kam nun auch Solon aus Athen, der den Athenern auf ihren Wunsch Gesetze gegeben hatte und nun auf zehn Jahre außer Landes ging. Um die Welt zu sehen, hatte er sich angeblich auf eine Forschungsreise begeben, also Solon. In Wirklichkeit sollte man ihn aber nicht zwingen können, auch nur eines von den Gesetzen zu ändern, die er erlassen hatte. Die Athener selbst durften keine Gesetzesänderung vornehmen. Durch schwere Eide waren sie gebunden, zehn Jahre lang die Gesetze zu beachten, die Solon ihnen gegeben hatte. Also hier geht es um die Grundmotivation, warum nun auch Solon nach Sardis kommt, nach Lydien und den König Crösos besucht. Nicht aus Neugierde, sondern eben, weil er ohnehin nicht mehr in Athen bleiben wollte, sondern dann eben Athen verlassen hat, weil er nicht wollte, dass die Athener ihn ständig bedrängen, die Gesetze wieder zu ändern. In gewisser Weise gab es also offenbar schon sehr früh, hier eben im 6. vorchristlichen Jahrhundert, so etwas, was wir heute Lobbyismus nennen, dass also diejenigen, die ein Interesse daran haben, denjenigen, der für die Gesetzgebung zuständig ist, bedrängen, die Gesetze in die eine oder eben in die andere Richtung zu gestalten. Und also gerade dieser Gesetze wegen, ich zitiere weiter jetzt aus den Historien von Herodot, gerade der Gesetze wegen und um die Welt zu sehen, war nun Solon außer Landes gegangen und zu Amasis nach Ägypten gekommen und er gelangte auch nach Sardis zu Crösos. Nach seiner Ankunft ließ ihn Crösos im Palast gastlich aufnehmen. Am dritten oder vierten Tag mussten ihn Diener auf Crösos Geheiß in die Schatzkammer führen und alle die großen und reichen Schätze des Crösos zeigen. Als er alles gesehen und nach Wunsch betrachtet hatte, fragte ihn nun Crösos, Gastfreund aus Athen, verschiedene Kunde über dich ist zu uns gedrungen, über deine Weisheit und deine Reisen. Man hat uns erzählt, du habest als Freund der Weisheit, ich habe ja gestern schon in der Einführung in die Rechtswissenschaft deutlich gemacht, dass der erste Begriff des Philosophen hier bei Herodot kommt, also hier ist es genau diese Stelle, Solon, der in Sardis zu König Crösos kommt und von diesem als Freund der Weisheit, also als Philosoph, bezeichnet wird. Du bist also, um die Welt kennenzulernen, hast du viele Länder der Erde besucht und nun möchte ich dich doch auch gerne fragen, ob du schon einen Menschen gefunden hast, der am glücklichsten auf Erden ist. Das ist die große Frage, die Crösos aufstellt, natürlich mit dem Hintergedanken, dass er, nachdem er ihm alle seine Schätze gezeigt hat, wohl davon ausgehen würde, dass er der Glücklichste ist. Und umso erschrocken war er nun, jetzt zitiere ich wieder weiter, dass Solon ihm nicht schmeicheln wollte, sondern eine ganz andere Wahrheit ihm verkündete. Er sprach nämlich, Oh ja, König, ich kenne den glücklichsten Menschen auf der Erde, es ist Telos aus Athen. Crösos staunte über das Wort und fragte gespannt, in welcher Hinsicht meinst du denn, sei Telos der Glücklichste? Und Solon antwortete, Telos lebte in einer blühenden Stadt, hatte treffliche, wackere Söhne und sah, wie ihnen allen Kinder geboren wurden und wie diese alle am Leben blieben. Er war nach unseren heimischen Begriffen glücklich und ein herrlicher Tod krönte sein Leben. In einer Schlacht zwischen Athenern und ihren Nachbarn in Eleusis brachte er durch sein Eingreifen die Feinde zum Weichen und starb einen Heldentod. Die Athener begruben ihn auf Staatskosten an der Stelle, wo er gefallen war und ehrten ihn sehr. Hier also eine Geschichtserzählung von einem Individuum, von dem Crösos nie gehört hat und ich vermute, alle, denen ich die Geschichte gerade vorgelesen habe, haben auch noch nie von Telos von Athen gehört, den nun Solon, der als der Weiseste seiner Zeit galt, beziehungsweise eben einer der sieben Weisen von Griechenland, als den glücklichsten Menschen, Pries, den er kannte. Es ist klar, dass Solon hier nun nachfragt und sich damit nicht zufrieden gibt. Als Solon, ich zitiere weiter, als Solon den Crösos durch die Geschichte von Telos, in dem er so viel Gutes über ihn sagte, nun noch wissbegieriger gemacht hatte, fragte der König weiter, wen er denn für den zweitglücklichsten halte, er hoffe doch, wenigstens die zweite Stelle in der Glückseligkeit zu erhalten. Aber Solon sagte, hm, Kleobis und Biton. Kleobis und Biton, diese beiden Brüder, stammten aus Argos, also nicht aus Athen, sondern nun aus Argos, hatten ein gutes Auskommen und waren körperlich sehr stark. Beide wurden gleichzeitig Sieger in vielen Wettkämpfen. Man erzählt folgende Geschichte von ihnen. Auf einem Hera-Fest in Argos musste ihre Mutter auf jeden Fall in einem Fahrzeug in den Tempel gefahren werden. Die Stiere aber waren nicht rechtzeitig vom Felde zur Stelle. Die Zeit drängte und da traten die jungen Männer selbst unter das Joch und zogen den Wagen, in dem ihre Mutter saß. Sie liefen 45 Stadien weit und kamen zum Tempel. 45 Stadien, das sind etwa 9 Kilometer. Ein Stadion hat ungefähr 160 bis 200 Meter und deswegen ist das eine ganze Strecke, wenn man auf nicht so befestigten Wegen, wie wir sie heute haben, mit so einer Karre, wo sonst Stiere den Wagen ziehen, nun sich selbst unter das Joch spannen und den Wagen ziehen und das auch noch unter Leistungs-, also Zeitdruck, weil ein festgesetzter Termin angesetzt war für die Mutter, die zu diesem Zeitpunkt pünktlich im Hera-Tempel sein musste. Nach dieser Tat, wie der Herodot, nach dieser Tat, die das ganze versammelte Volk gesehen hatte, wurde ihnen der schönste Tod zuteil. An ihnen offenbarte Gott, dass der Tod für den Menschen besser sei als das Leben. Die umstehende Menge der Argaia lobte die Kraft der jungen Männer. Die Frauen aus Argos aber priesen ihre Mutter, dass sie solche Kinder geboren habe. Hoch erfreut über die Tat und den Ruhm ihrer Söhne, trat die Mutter vor das Götterbild und betete die Göttin, möge ihren Kindern Kleobis und Bithon, die ihre Mutter so hoch geehrt hatten, das Schönste verleihen, was ein Mensch überhaupt erlangen könne. Und als sie nach diesem Gebet geopfert und am Mahl teilgenommen hatten, schliefen die Jünglinge unmittelbar im Tempelbezirk ein und wachten nicht mehr auf. Sie fanden dieses Ende. Die Argaia ließen Standbilder von ihnen machen und stellten sie in Delphi auf als Bilder edler und wackerer Männer. Das ist also die zweite Geschichte, die nun Solon auf die Frage und das Nachhaken von Krösus zum Besten gibt und eben deutlich macht, dass nicht der Reichtum als solcher entscheidend ist, sondern die Taten, die man zu Lebzeiten vollbracht hat. Und auch hier ist Solon natürlich noch nicht zufrieden und Krösus rief nun aufgeregt, Gastfreund aus Athen, mein Glück erachtest du so tief, dass du mich gar unter diese einfachen Bürger stellst. Und Solon erwiderte, lieber Krösus, wo ich doch weiß, dass die ganze göttliche Welt neidisch und unbeständig ist, fragst du mich nach menschlichen Dingen. In der langen Zeit seines Lebens muss der Mensch vieles sehen und erleiden, was er nicht gern will. Auf 70 Jahre setze ich die Dauer des Menschenlebens. Das sind 25.200 Tage ohne die Schaltmonate. Will man jedem zweiten Jahre noch einen Schaltmonat hinzufügen, damit die Jahreszeiten an die gehörige Stelle rücken, dann betragen die Schaltmonate im Verlauf der 70 Jahre 35 und die Tage dieser Monate ergeben 1050. Von allen Tagen dieser 70 Jahre, es sind 26.250, bringt keiner etwas, was dem anderen ganz gleicht. Darum, Krösus, ist das Menschenleben ein Spiel des Zufalls. Mir erscheinst du gewiss sehr reich und ein König über viele Menschen, aber das, wonach du mich fragst, kann ich dir nicht eher beantworten, als bis ich erfahre, dass du dein Leben auch glücklich beendet hast. Und das ist dieses zentrale Fazit in diesem Dialog, das Solon zieht. Niemand kann als glücklich genannt werden, bevor nicht sein Ende bekannt ist. Wir definieren das Glück des Menschen erst von seinem Tode her, denn dann ist das Leben beendet und nicht schon in dem Moment, an dem die Frage gestellt wird. Also das, wonach du mich fragst, kann ich dir nicht eher beantworten, als bis ich erfahre, dass du dein Leben auch glücklich beendet hast. Denn der Reiche ist nicht glücklicher als einer, der gerade nur für einen Tag genug zum Leben hat, wenn er seinen ganzen Reichtum nicht bis an sein glückliches Lebensende genießen darf. Viele sehr reiche Menschen sind unglücklich. Viele, die nur mäßig viel zum Leben besitzen, sind glücklich. Der unglückliche Reiche hat nur in zwei Stücken etwas dem Unglücklichen voraus, dieser aber vieles vor dem Reichen und Unglücklichen. Der Reiche kann seine Gelüste leichter befriedigen und schwere Schicksalsschläge einfach ertragen. Der andere aber hat Folgendes mehr als jener, zwar wird er, eben weil er nicht reich ist, mit seinen Wünschen und Schicksalsschlägen nicht in gleicher Weise fertig wie jener, aber sein guter Stern hält sie von ihm fern. Er ist unversehrt, gesund, ohne Leid, glücklich, mit seinen Kindern und wohlgestaltet. Wenn er dann auch noch einen schönen Tod hat, dann ist er eben der, nach dem du suchst, ein Mann beziehungsweise ein Mensch, der wahrhaft glücklich zu nennen ist. Vor dem Tode aber muss man sich im Urteil zurückhalten und darf niemanden glücklich nennen, sondern nur vom Schicksal begünstigt. Dass aber alles das, was zur Glückseligkeit gehört, bei einem Menschen zusammentrifft, ist nur schwer möglich. Auch ein Land besitzt nicht immer alles, was es braucht. Vielmehr hat es das eine und entbehrt das andere. Das beste Land ist das, das am meisten besitzt. So erfüllt auch der Mensch als Einzelwesen sich nicht selbst. Das eine hat er, etwas anderes entbehrt er. Der Mensch aber, der das meiste seines Bedarfs besitzt und in diesem Besitze lebt und glücklich sein Leben beendet, der König verdient nach meiner Meinung den Namen des Glücklichen. Überall muss man auf das Ende und den Ausgang sehen. Vielen schon winkte die Gottheit mit Glück und stürzte sie dann in das tiefste Elend. So sprach er und er schmeichelte dem Krösus eben nicht. Dieses Fazit ist in doppelter Hinsicht interessant. Also das erste, schauen wir uns das nochmal in Ruhe an, das erste ist, dass die Grunderkenntnis bestätigt, die wir ja das letzte Mal schon gezogen haben, dass das Leben eben erst vom Tode her bewertet werden kann. Die extremste Form, die sich darin findet, ist die Suche nach Unsterblichkeit und dieser Heronenkultus. Die Klage des Enki-Du über seinen jämmerlichen Tod, wo er dann sagt, mein Freund, wer im Kampfe fällt, ist glücklich, ich aber muss auf diesem Lager dahin siechen oder eben die Wahl des Achill, lieber vor Troja zu sterben und ein kurzes Leben zu haben als ein langes, ruhmloses Leben. Die Vorstellung also der Unsterblichkeit ist das, was viele Handlungen eher antreibt, als die Suche nach einer Glückseligkeit im Reichtum, die einem das Leben zwar verlängert, aber sonst nichts weiter. Ein Leben in Wohlstand mag anstrebenswert sein für die, die dieses Leben im Wohlstand, das Leben im Wohlstand einem Leben in Elend vorzuziehen. Das ist wohl wahr. Doch die Frage, ob nun dann eben dieses Leben im Wohlstand alles ist, was man erreichen kann, wird hier von Solon abschlägig beschieden. Und insbesondere kann man eben das Leben erst vom Tode her beurteilen. Da findet sich übrigens auch etwas, was zuweilen im eigenen Leben als Konzeptionsbeispiel betrieben werden kann. Es gibt ja regelmäßig so Runden, wenn man bei einem Coach ist oder wenn man in einer Gruppe von Leuten ist und sich unterhält, dann kann man durchaus die Frage sich stellen, wo siehst du dich in fünf Jahren? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo siehst du dich in dreißig Jahren? Und spinnt man diesen Punkt weiter zu Ende, das heißt, man schaut von der Gegenwart eigentlich auf die eigene Zukunft, auf das eigene Leben, dann ist es nur noch kurz zu der Empfehlung von manchen Individualcoaches zu sagen, schau zunächst, was sollte in einer Grabrede über dich erzählt werden? Was sollten die nachgebliebenen Kinder, Enkel, Freunde oder eben die Presse oder die öffentliche Meinung von dir denken? Was sollte von dir berichtet werden in einem Nachruf? Wenn es von dir gar keinen Nachruf gibt, gut, dann hast du gelebt, aber ohne in die Geschichte eingegangen zu sein. Wenn aber das Streben, das ist nicht nur ein einigermaßen wohlgelittenes zu sein, sondern das Streben ist auch etwas zu hinterlassen, to make a difference, etwas zu bewirken, dann sind wir bei Solons Fazit und sagen, glücklich ist der, der in seinem Leben etwas in der Art erreicht hat, dass man auch anschließend noch davon spricht. Es ist vielleicht eines der untrüglichsten Zeichen für eine doch eher geschichtslose Zeit, wenn diese Form von Reflexion eben gar nicht mehr erfolgt. Wenn es also nicht einmal mehr erstrebenswert erscheint, überhaupt noch Kinder oder Enkel haben zu wollen, weil man sagt, okay, ich lebe mein Leben, wie ich das will und bringe es halt durch. Das ist eine Variante von Leben, die tatsächlich auf Geschichte komplett verzichten kann. Oder eben eine Zeit, in der die Angst, eventuell sterben zu müssen, alle Handlungen determiniert und nicht eben die Handlung, die vom Tode her denkt, sagt, was muss ich tun, damit ich einen ehrenvollen Tod haben könnte. Sondern im Gegenteil, die Angst vor dem Tod, gleichsam alles Mögliche bestimmt, die sogar zu solchen Merkwürdigkeiten animiert, sich den ganzen Tag Masken aufzusetzen oder sonstige Dinge zu tun, weil man ja vielleicht sterben könnte. Aktuell gibt es ja zu diesem Punkt durchaus eine kontroverse Diskussion, erstaunlicherweise. Nachdem wir das ja letzte Woche besprochen haben, ganz kurz angedeutet, gab es ja dann verschiedene Varianten der Diskussion darüber, unter anderem, darauf habe ich ja gestern auch schon hingewiesen, lief ja im ARD diese, von Ferdinand von Schirach, dieses Stück Gott, wo es um das Recht auf Selbsttötung geht. ja, also hier eben gar nicht zu sagen, ich bin heroisch und will irgendwo einen Tod finden, von dem andere berichten können, das sind einige YouTuber, die möglicherweise so Basejumping machen und das filmen, die aus dem All springen und sich dabei filmen und dieses Risiko, dabei drauf gehen zu können, ganz bewusst in Kauf nehmen, weil sie damit für den einen Moment berühmt sein können, ja, oder was heißt für den einen Moment, für immer berühmt sein können, wenn jemand also von einem besonderen Ort niederspringt, runterspringt und dabei noch am Leben bleibt, ja wunderbar, wenn er aber dabei stirbt, ist es möglicherweise eine Katastrophe und auch für alle Hinterbliebenen gleichwohl ist das etwas, was die ganze Red Bull Kampagne auszeichnet, riskante Beschäftigung zu protegieren, zu finanzieren und die Leute zu immer größeren heroischen Taten in diesem Bereich herauszufordern, höher, schneller, weiter. Also diese ganzen Vorstellungen, die sind schon in uns eingeboren, jedenfalls bei denjenigen, denen es nicht allein darum geht, irgendwann im Bett zu liegen und wie Enkidu dann vor sich hin zu siechen, sondern eben noch sein Leben in einer Form zu gestalten, dass andere darüber berichten können oder dass man im Zweifel und selbst wenn es eben nur ein YouTube-Video noch ist, von einem übrig bleiben könnte. Das heißt, in einer Zeit, in der es als Heldentat gefeiert wird, zu Hause zu bleiben und nichts zu tun, da ist irgendwas komisch. Da ist also durchaus ein radikaler Bruch, geradezu eine Umkehrung zu dem, was Solon hier erzählt, ein Heronkult, der hier offenbar keine große Rolle mehr spielt, sondern das Nichtstun gerade zum Ideal erhoben wird. Wie gesagt, die Diskussion ist da im vollen Gange, wäre auch eine eigene Vorlesung fast wert, wie man also mit dem aktuellen Tod umgeht. Jedenfalls gibt es radikale Kritik, an der ARD, dass sie so ein Stück über die Selbsttötung, eine Heroisierung der Selbsttötung gleichsam, in die aktuelle Corona-Zeit bringen. sein könnte, dass manche sogar den Tod erwünschen, passt nicht in einer Zeit, wo quasi alles darauf ausgerichtet ist, Leben zu erhalten und sei es auch nur, so wie es Boris Palmer ja ausgedrückt hat und das hat auch viele auf die Palme gebracht und sei es auch nur, um vielleicht noch ein paar Monate zu leben, am Beatmungsgerät oder wo auch immer. Das ist drastisch formuliert von ihm, hat für eine große Empörung gesorgt. Als Wolfgang Schäuble Ähnliches formuliert hatte, da war das nicht ganz so empörend, wo er dann eben durchaus auch meinte, dass das Leben nicht der höchste Wert in einer Gesellschaft sein muss, notwendigerweise. Übrigens, was auch Schiller schon formuliert hat, in einem seiner Stücke die Formulierung, dass das Leben des Menschen höchstes Gut nicht sei, das stößt heute eben auf radikalen Widerspruch und insoweit ist auch jede Vorstellung, dass Geschichte gedacht wird vom Ende her durchaus problematisch, weil damit schließe ich diesen Punkt auch ab. weil, wie gesehen, der Tod weitgehend aus der Debatte verbannt wird, aus der modernen Debatte, an den Rand gedrängt wird und darüber will man eben nicht reflektieren. Während Solon also ganz explizit sagt, denke dein Leben vom Tode her und erst wenn ich dein Leben bis zum Tode kenne, kann ich ein Urteil darüber fällen, ob du ein glücklicher Mensch gewesen bist oder nicht. Soweit also diese Geschichte, die uns das Band spannt von der letzten Vorlesung zu heutigen, wenn es um die Frage geht, wie kommen wir zur rationalen Geschichtsschreibung? Alles andere war ja bisher immer noch eher Mythos, ein heroisches Leben zu führen und existenziell die Frage gestaltet. Wie kommen wir jetzt zur rationalen Geschichtsschreibung? Und insoweit ist die Geschichte des Solon und des Krösers vor allem auch aus einem anderen Grund interessant, denn wir kommen zu Herodot. Herodot gilt bekanntlich als der Vater der Geschichtsschreibung und insoweit ist die Geschichte, die er mehr oder weniger gleich an den Anfang stellt, durchaus relevant, weil es eine Zielsetzung betrifft in seinem Geschichtswerk. Zunächst, und das ist die allgemeine Auffassung, beschreibt Herodot eigentlich nichts anderes als die Geschichte Griechenlands. Man kann noch ein Stück weiter gehen. Im Grunde der zentrale Gegenstand sind die Perserkriege, also ein Zeitraum von nicht mal 15 Jahren. Er holt aber weiter aus, wie wir schon gesehen haben, etwa diese Vorgeschichte mit Lydien, den Konflikt zwischen den Lydiern und den anderen Volksstämmen dort auf der Halbinsel ist als Ausgangspunkt seiner Geschichte vor allem auch deswegen interessant, weil sein Konzept ein sehr viel weitergehendes ist. Er will eben nicht nur Fakten und Daten aufzählen, so wie wir heute Geschichtserzählungen verstehen würden, oder wenn wir uns ein Lehrbuch zur Geschichte zu Griechen, zur griechischen Geschichte herausholen, wir vor allem mit Fakten und Daten versehen werden, um dann zu sagen, ah ja, okay, die Schlacht von Marathon war also 490 und die Schlacht von Platte war dann 479 und die Schlacht von Salamis und bei den Thermopylen war dann 480 und so weiter und dann kommen all die Namen zum Vorschein, die da heroisch gearbeitet und unterwegs gewesen sind und so weiter. Also das sind die Geschichtserzählungen, die wir heute bekommen, die vor allem mit Fakten operieren. Herodot ging es nicht nur um ein Auflisten von Fakten, sondern ihm ging es vor allem darum zu zeigen, dass alle Geschichte Ergebnis einer sittlichen Weltordnung sei, welche die Geschicke der Menschen regiert und dass jede Überhebung über die durch die ewige Ordnung gezogenen Schranken den Neid der Gottheit erregt und die rechende Nemesis auf das Haupt des Schuldigen und seiner Nachkommen zieht. Also Nemesis, das ist die älteste Allegorie der Gerechtigkeit und ich habe es auch gestern in der Einführung in die Rechtswissenschaft ja schon angesprochen, dass in dem Griechenland der Antike ausgehend von dem Spruch des Anaximander, wenn es also um die Frage geht, dass ein Tun erdulden Zusammenhang innerhalb der Welt existiert, wo alles Naturrechtliches Denken seinen Ausgangspunkt nimmt, die Vorstellung also, dass ich heute nicht eine Untat begehen kann, ohne dass diese Untat morgen auch gerecht werden kann, durch die Göttin Nemesis. Nemesis ist in der Mythologie also eine der ältesten Göttinnen, die mit dem Recht assoziiert sind und nicht umsonst eben auch als Rache Göttin regelmäßig dargestellt wird, dass also eine Vergeltung für Unrecht immer auf dem Fuße oder wenn eben nicht auf dem Fuße durchaus in der Zeit erfolgt und deswegen wird Nemesis als Rache Göttin auch immer mit einem Rat dargestellt hier in ihrer linken Hand das Rat der Zeit es also nicht bedeutet dass die Rache immer und die Strafe auf dem Fuße folgt so wie es idealerweise ja in der Justiz sein sollte dass zwischen der Tat und dem Urteil nicht allzu viele Monate Wochen oder Jahre liegen sollten sondern möglichst schnell entschieden werden soll ist die Vorstellung und die Urerfahrung der Griechen in diesem Kontext durchaus gewesen dass jeder sein gerechtes Urteil erhält auch wenn es nicht auf dem Fuße folgt aber eben später und das ist ein wesentlicher Aspekt der die Geschichtsschreibung des Herodot eben antreibt denn unter diesem Gesichtspunkt zu beschreiben dass Verfehlungen des einen sich dann im späteren und durchaus eben auch in der späteren Generation rächen können ist geradezu eine Urangelegenheit geschichtlicher Betrachtung zu fragen wo liegen eigentlich die Ursachen für die Übel von denen wir heute geplagt werden das ist ein wesentlicher Aspekt von historischer Betrachtung wenn ich also wissen will warum wir in der größten Kalamität in der Gegenwart sind muss ich schauen alles hat seinen Ursprung in der Vergangenheit und wenn ich dann dem ganzen noch einen metaphysischen Grundgedanken beifüge dass also tatsächlich göttliche oder schicksalhafte Gesetzmäßigkeiten in der Welt regieren dann wird deutlich dass also die Übel die wir heute erleiden offenbar mit Untaten in der Vergangenheit verknüpft sind wir werden uns das gleich noch anschauen deswegen ist diese Geschichte von Creusers eben auch relevant wir werden die gleich noch zu Ende denken nur hier noch ein kleiner Ausblick wir werden uns das nächstes Mal auch noch intensiver anschauen wenn es um den Ursprung der Geschichtsschreibung generell geht und hier den Zusammenhang zum Recht deutlich machen wollen wenn wir also die allgemeine Geschichtsbetrachtung wieder mal verlassen und wieder stärker auf das Recht fokussieren dann wird deutlich dass bei Herodot so könnte man es kurz zusammenfassen im Grunde nichts anderes versucht wird als eine Universalgeschichte die zugleich eine Völkerrechtsgeschichte ist denn das was wir jetzt gleich zur Verdeutlichung nochmal bei Creusers uns genauer anschauen ist eben für die Betrachtung der Perser Kriege für Herodot ganz selbstverständlich in dem Moment wo also die Perser über das ursprüngliche Begehren hinaus nach Griechenland ausgreifen und damit etwas Unrechtes tun folgt die Strafe auf dem Fuße es kann nicht glücken es darf nicht glücken weil es eben mit Unrecht und Untaten verknüpft gewesen ist und eine solche Entwicklung bezeugt eben dieses höhere Walten der sittlichen Weltordnung in der Geschichte Das ist übrigens ein Gedanke auf den wir noch ausführlicher dann auch zu sprechen kommen müssen wenn wir uns noch kurz über geschichtsphilosophische Zusammenhänge verständigen wollen die bis in die Gegenwart oder bis zuletzt jedenfalls Anfang des 20. Jahrhunderts ganz präsent gewesen ist nämlich vor allem über Hegels Geschichtsphilosophie dass also alle geschichtlichen Entwicklungen eine Vernunft inne wohnt also etwas Vernünftiges in der Geschichte obwaltet und kein anderer als Karl Marx ist es ja dann gewesen der daraus gleichsam eine materialistische Geschichtsauffassung entwickelt hat bei der er als selbstverständlich angesehen hat dass schließlich der Sozialismus beziehungsweise der Kommunismus am Ende aller Geschichte stehen wird gleichsam Geschichtsfinal diese sittliche Weltordnung beim Wegfall aller Klassengegensätze und wenn eben das Proletariat die Macht ergreift und die Bourgeoisie und die alle Ausbeuter beiseite geschoben hat und verjagt hat wenn alle Klassengegensätze also beseitigt sind dann könne endlich ein paradiesischer Zustand eintreten und diese Gesetzmäßigkeit führte durchaus im 19 und Anfang des 20 Jahrhunderts dann immer zu der Frage der Revolutionäre müssen wir denn jetzt nur sitzen so wie das heute die Bundesregierung verkündet und nichts tun und darauf warten dass die Weltrevolution stattfindet oder woran erkennen wir dass wir tätig werden müssen sozusagen dem Umsturz der alten Ordnung entsprechend nur noch einen kleinen Tritt zu geben etwas beschleunigen sind wir schon so weit oder sind wir noch nicht so weit das heißt eine der großen Herausforderungen war durchaus eine Deutung der Zeit Geschehnisse ob es nun Zeit ist für die große Revolution und sehr zum Merkwürdigkeit der damaligen Theoretiker Marx und Engels sind eben immer davon ausgegangen dass die Revolution nur in den entwickelsten kapitalistischen Gesellschaften passieren kann fand nun die Revolution ausgerechnet im Russland 1917 statt also dem Land das aus europäischer Perspektive das rückständigste Land überhaupt gewesen ist also im Grunde noch feudalistische Grundstrukturen hatte aber das ist Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts dieser Ausblick ich wollte darauf nur hindeuten dass also diese Vorstellung dass in der Geschichte ein Geist waltet oder eine höhere Ordnung existiert hier im Kontext des Ursprungs der Geschichtsschreibung bereits bei Herodot deutlich aus und angesprochen ist doch zurück um das zu verdeutlichen noch einmal zu unserer Geschichte mit Solon und Krösus nachdem also Solon diese Geschichte vom glücklichsten Menschen und seine Antworten gegeben hat und damit Krösus nicht schmeichelte ließ dieser ihn ich zitiere jetzt wieder Herodot ließ dieser ihn Krösus also den Solon ohne ohne ihn eines weiteren Wortes zu würdigen von sich gehen Krösus hielt Solon sogar für einen großen Toren weil er das Glück der Gegenwart eben nicht gelten ließ und immer nur auf das Ende hin wies ohne zu belehren erzählt nun allerdings Herodot die Geschichte des Krösus weiter und zwar zunächst mit einem Schicksalsschlag der vielleicht der schlimmste überhaupt für die Antike immer gewesen ist wenn man ein eigenes Kind verliert bis heute ist das ein großes Schicksal ein wesentlicher Schicksalsschlag für Eltern wenn sie ihre Kinder verlieren also auch ein dramatischer Zustand aber für die Antike war es vor allem deswegen auch so katastrophal weil es vor allem darum ging die Familie zu erhalten die Familie das Haus zu erhalten der Name sollte weiter leben und diese Unsterblichkeit über die Familie und das Haus und den Namen in der Zukunft war natürlich auf eine Weise immer dadurch garantiert dass man entsprechende Erben hatte und wenn nun also die Erben sterben und der Erblasser sozusagen keine eigenen Kinder hat dann ist das eine der dramatischsten Strafen die man sich vorstellen konnte als individuelles Schicksal also als Unglück schlechthin und das ist nun das was dem Solon tatsächlich als nächstes passiert nach Solons Entschuldigung nicht Solon sondern dem Krösus passiert nach Solons Abreise traf nämlich den Krösus Gottes furchtbare Vergeltung vermutlich weil er geglaubt hatte er sei der glücklichste aller Menschen gleich nach dem Einschlafen überfiel ihn nämlich ein Traum der ihm die Wahrheit über das künftige Unglück seines Sohnes offenbarte Krösus hatte zwei Söhne einer war versehrt denn er war taubstumm der andere aber übertraf alle seine Altersgenussen in allem und der hieß Arthys diesen Arthys so prophezeite ihm der Traum werde er verlieren getroffen von einer eisernen Lanzenspitze und sobald Krösus nun aufgewacht war und den Traum durchdachte befiel ihn großer Angst das ist also die Eingangs Geschichte auch hier wieder der Gedanke der Angst nun passiert das was für die Antike eben auch kennzeichnet ist wir haben das als wir uns den Zusammenhang von Freiheit und Determiniertheit angeschaut haben als erste Ur-Erfahrung und das haben wir verdeutlicht an der Geschichte des Oedipus in gewisser Weise wiederholt sich dasselbe Phänomen hier nun war es natürlich nicht besonders überraschend also die Wahrscheinlichkeit in der Antike für einen jungen Mann von einem Speer getötet zu werden war wohl bei 90% also die Wahrscheinlichkeit dass Söhne sterben im Kampfgetümmel durch eine Sperrlanze durch eine Lanze beziehungsweise ein Speer war keine so große Sache deswegen ist es nicht ungewöhnlich dass so ein Traum nun den Vater befällt der Angst um seinen Sohn hat der als einziger Erbe in Betracht kommt weil ja der andere eben behindert gewesen ist und insoweit versucht nun also Krösos alles mögliche um zu verhindern dass sein Sohn Athys auch nur in die Nähe einer Lanze gerät er schickt ihn nicht mehr an die Spitze seines Heeres in den Krieg was er vorher als Kriegsaufgabe wahrgenommen hat sondern um ihn davon abzulenken verheiratet er ihn und versucht ihn abzulenken und so weiter und Athys kommt also mit Waffen gar nicht mehr in Berührung auch lässt Krösos alle Waffen aus dem Palast entfernen sodass also Athys auch gar nicht mehr überhaupt in die Nähe von einem Speer kommen kann und wie wir aus der Geschichte des Oedipus kennen ist alles Handeln was hier nun plötzlich darauf gerichtet ist ein unvermeidliches Schicksal offenbar zu verhindern das was letztlich gleichsam unnütz ist und doch darauf hinausläuft dass das Geträumte auch eintritt ich will das hier gar nicht ausführen wer das möchte kann das ja nachlesen es ist insoweit dann die Geschichte so dass es darum geht dass ein großer Eber in einem Gebiet des Lydischen Territoriums Verheerung verursacht also wir würden heute von Wildschaden sprechen und die Bauern und Leute die dort wohnen bitten um Hilfe des Königs also um Truppen also um ein Jagdgefolge und ursprünglich war das natürlich selbstverständlich dass das eine königliche Aufgabe ist und gerade für junge Leute die sich bewähren und beweisen wollten Arthys war halt jemand den man nicht einfach einsperren konnte und mit einer Hochzeit abspeisen konnte war es natürlich selbstverständlich sich solcher Aufgaben zu stellen und langer Rede kurzer Sinn ähnlich wie in der Geschichte Game of Thrones wo ja der König Robert Baratheon war es glaube ich auch von einem Keiler angefallen wird und dann stirbt bestand hier die Angst und Rösus wollte ihn erst nicht mitgehen lassen es kommt also zu einem Streit einem freundlichen Gespräch und Arthys sagt aber er möchte unbedingt und er deutet dann den Traum eben auch so dass er ja durch eine Speerspitze getötet werden soll und nicht durch den Hauer eines Keilers insoweit überzeugt er damit also seinen Vater Rösus und er schließt sich also dieser Jagdgesellschaft an und das kommt wie es kommen musste er wird dann doch getötet durch einen Speerwurf ausgerechnet dessen den Krösers dem Arthys mitschickt damit er auf sein Leben achten soll ihn beschützen soll ja der wirft also auf den Eber und trifft versehentlich den Arthys den Sohn des Krösers und damit bewahrheitet sich der Traum und Arthys stirbt also das Schicksal schlägt hart zu an dieser Stelle und man kann schon merken dass Krösers kaum noch als glücklich zu schätzen ist wenn er den Erbfolger verliert doch damit ist noch nicht Schluss denn Krösers verliert auch sein Reich nachdem er sich einigermaßen von diesem Schicksalsschlag des Verlustes seines Sohnes erholt hat wollte er nun seine Expansionspolitik fortsetzen und er fragte das Orakel von Delphi also er war schon durchaus ein vorsichtiger Herrscher Herodot beschreibt das auch wie vorsichtig er voranging er fragte nicht nur ein Orakel sondern er ließ mehrere Orakel gleichzeitig befragen und um herauszufinden welches Orakel denn am vertrauenswürdigsten ist hat er mit all seinen Gesandten die zu den verschiedensten Orakeln der damaligen Zeit ausgewandert sind versucht deutlich zu machen dass hier in 100 Tagen sollten sie dann das Orakel befragen was er denn gerade tue und lange Rede kurzer Sinn insbesondere das Orakel von Delphi hat tatsächlich die richtige Antwort gegeben und deswegen ließ er beim Orakel von Delphi noch einmal nachfragen ob er denn Krieg gegen die Perser führen sollte nachdem hier der neue König Kyros sehr erfolgreich darin war das Perserreich immer weiter auszudehnen und deswegen eine große Nation schuf und wie es durchaus zu der Zeit und der machtpolitischen Gepflogenheiten bis heute ja gang und gäbe ist zu überlegen ob man nicht eine expandierende Macht frühzeitig in die Schranken weist fragte nun auch eben Krösers ob er einen Krieg gegen die Perser führen solle und das Orakel von Delphi gab folgende mystische Antwort wenn du den Halüs überschreitest wirst du ein großes Reich zerstören ja Krösers deutete das als in seiner Absicht bestätigt er würde das Reich der Perser zerstören und fand sich nun bestätigt den Krieg gegen die Perser zu beginnen doch wie das häufig bei diesen Orakeln ist sie geben keine direkte Antwort sondern sie sind interpretations fähig und das ist eines der bekanntesten Orakel also jedenfalls in der klassischen Geschichte und in dem Bericht der Geschichte dass also hier nun er tatsächlich ein Reich zerstört und zwar das eigene er verliert das eigene Reich weil er gegen die Perser verliert seine Reiterei kann gegen die Kamelreiter der Perser nicht ankommen seine eigentlich starke militärische Einheit die Britenen so wie dann auch später ja Reiter nicht erfolgreich sein können gegen Elefanten weigerten eben Pferde die Gefolgschaft weil sie Kamele nicht riechen konnten und insoweit siegte jedenfalls Kyros in der Schlacht gegen den Krösers und nun wird weiter berichtet von Herodot dass also Krösers aufgrund seiner Aggression von Kyros auf den Scheiterhaufen gesetzt wurde und bei lebendigen Leibe verbrannt werden sollte als Strafe für diese Aggression und nun schließt sich der Kreis denn Kyros ruft mehrmals Osolon Osolon du hattest so recht ja man darf das Glück eines Menschen eben nicht vor seinem Tode beurteilen und ich bin der unglücklichste Mensch dieser Welt und diese Rufe die er nun da auf dem Scheiterhaufen auslöst und von sich gibt wecken das Interesse von Kyros und er sagt löscht das Feuer ich will hören was Kreis da noch zu sagen hat er lässt ihn also vor sich führen während das Feuer lodert aber er offenbar noch unversehrt ist und Kreis bekommt die Gelegenheit Kyros die ganze Geschichte der Unterredung auch mit Solon zu berichten und dass der glücklichste nur der sein kann der vom Ende her als der glücklichste auch geschätzt sein kann und er selber habe sich eben vergangen in der Vorstellung dass alleine Reichtum Menschen glücklich mache und er sei hier sich selber auf den Leim gegangen hat und Plutarch hat das ganze in eine Formel so hatte Solon also den Ruhm durch ein Wort sowohl einen König zu erretten als auch einen anderen belehrt zu haben der Gedanke also hier durch eine Geschichte den Kyros einen anderen König zu lehren führt dazu dass deutlich gemacht wird Kyros ist ein weiser Herrscher ein weiser Herrscher weil er sich eben Geschichten erzählen lässt er lässt sich diese Geschichten erzählen und sagt nicht lasst ihn jetzt brennen diesen verrückten sondern ihm ist die Geschichte des Kyros wichtiger als seine Rache und insoweit bedankt er sich dann auch und lässt Kreuzes als Freund und Berater an seinem Hof und Kyros ist ja dann derjenige der die Perser und das Persische Reich zu der großen Macht führt die dann später eben die Basis abgibt für Daireos und Xerxes seine Nachfolger den Griechen anzufangen damit wird also deutlich an dieser einen Geschichte das ist fein gewoben das ganze Netz der Historien bei Herodot deutlich wird hier eben dieser Zusammenhang von Aktion und Reaktion von Ursache und Wirkung von Schicksalsmächtigkeit aber eben auch Eigenem Zutun eigener Unreife in der Entscheidung die man trifft und dann den Konsequenzen die daraus folgen in dem eigenen Leben und hier eben insbesondere wenn es nicht nur um das eigene Leben geht viel deutlicher und das ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt aller weiteren Geschichtsschreibung dann für wen ist Geschichtsschreibung vor allem von Interesse natürlich für Regierende für die Regierenden ist Geschichtsschreibung deswegen von Interesse weil man sich so aus der Geschichte eben belehren lässt Historia Magistra Vitae und kein anderer als der Reichskanzler Bismarck hat das Ganze noch auf einen Punkt zugespitzt der hier besonders deutlich wird Bismarck sagte nur ein Narr lässt sich von seinem Leben belehren ich lasse mich lieber durch das Leben anderer belehren und wenn ich mich eben durch das Leben anderer belehren lassen will dann muss ich eben zuhören weil ansonsten komme ich eben über meine eigene Erfahrung nicht hinaus zuhören